Hinzufügen eines Caches in opencaching.com Zuerst müsst ihr euch natürlich anmelden, geht dann eben mit der E-Mail, die man dort bei der Registrierung angegeben hat, rein, gibt die E-Mail ein, gibt das Kennwort ein und klickt mal auf Anmeldung. Ist ja eigentlich logisch. Dann öffnet sich das Profil, oben wie immer die E-Mail Adresse, dann das Alias, mit dem er eben auf opencaching.com sein will. Und ich habe jetzt, wie gesagt, meine Caches, die ich bei geocaching.com hatte, dann mal hier rübergezogen als Liste und füge jetzt einfach mal einen ein und radi. Ganz wichtig ist, die zwei Häkchen zu setzen. Ohne die geht es nämlich nicht weiter. Den Status öffnet sich, setze ich auf aktiv, der Cache ist in Ordnung. Und dann kommt hier eben die Bewertung, die man selbst einstellen kann. Schwierigkeit, Gelände, Größe. Und bei der Schwierigkeit, in direkter Sicht, was soll das eigentlich sein, habe ich mir also jetzt hier oben mal das Panel aufgerufen. In direkter Sicht, der Behälter kann an einem offensichtlichen Platz nach wenigen Minuten Suche gefunden werden. Also in direkter Sicht hatte ich eigentlich gedacht so, du läufst da hin und da steht die Dose offen. Deswegen habe ich immer getarnt genommen, ist aber natürlich eine Sache getarnt. Der Cache ist versteckt oder getarnt sollte innerhalb einer halben Stunde Suche gefunden werden. Also ich glaube, wenn da einer eine halbe Stunde sucht, bin ich mir nicht so sicher, ob das dann noch als Schwierigkeit 2. Denn wenn man dann anschaut, Schwierigkeit 3 ideal versteckt, bis zu einer Stunde Suchzeit oder mehr wird benötigt, ist schon krass. Eine harte Nuss, da hätte ich dann gesagt, okay, wenn du eine halbe Stunde suchst und dann guckst du und denkst du, das kann es eigentlich nicht sein, aber ich hebe jetzt mal kurz den Stromkasten hoch und dann ist der Stromkasten der Cache oder so. Also würde ich sagen, eine harte Nuss, da steht dann hier als Definition, selbst erfahrene Geoköcher benötigen mehrere Tage oder Versuche für diesen Cache. Naja gut, und Hirnschmalz ist dann das, was wir sonst als 5 spezielles Wissen oder Ausrüstung umgehoben zu werden. Na gut, aber also da bin ich ein bisschen gespannt, wie sich dann die mir bekannten Caches hier in Heidelberg einpendeln werden. Also gut, wenn man das dann eingestellt hat, geht es auf Weiter, dann kommt also das Listing hier mit HTML-Befehlen, die aber nicht übernommen werden und dann kann man eben Tags hinzufügen und wenn man schon mal vergebene Tags, und da ist es egal, ob man es selbst oder ein anderer, die vergeben hat, identisch vorhanden sind, werden die angezeigt, kann man anklicken. Ist natürlich von Vorteil, weil eine gewisse Reduzierung der Redundanz ist dann schon vorgegeben, weil Tippfehler oder so können da eventuell eliminiert werden. Dann senden und dann taucht er nur noch hier oben als Link auf, man springt also zur Liste zurück und dann habe ich eben einfach nochmal das Listing mir angeguckt. Wie gesagt, die Bilder sind also raus, auch über einen direkten HTML-Befehl auf ein Bild, was in Flickr läuft oder so, taucht also nichts auf. Und die Aktivität, also es sind schon einige Cacher da gewesen, ein gewisses Lock-Delay wohl drin, denn der Cache wurde auch früher nochmal gefunden. Alles in allem ist das aber relativ einfach und deswegen ist dieser Film auch schon wieder zu Ende. Das war Hinzufügen eines Caches in opencaching.com